Ihr schaut NLTV mit dem Prestigio MultiPad 7 Zoll Tablet PC. Wir sind hier in meinem Garten in Ungarn und wie ihr erkennen könnt, die Sonne scheint und ich wollte euch demonstrieren, dass wir bei maximaler Displayhältigkeit hier bei diesem schönen Tablet PC in Aldi Code 2.0 wunderbare Bücher betrachten können. Vor allem reagiert das Display eigentlich ganz gut und recht flott auf die Eingaben. Jetzt haben wir etwas viel Text auf der Seite stehen, deswegen geht es nicht ganz so schnell von der ersten Seite zur nächsten Seite. Und ja, wie man vielleicht gut sehen kann, im direkten Sonnenlicht kann man noch recht viel vom Display lesen, auch wenn es etwas spiegelt, aber nicht zu sehr. Vor allem wenn man dann in den Schatten geht, kann man aber auf jeden Fall alles gut lesen und wie ihr hier mit dem Standfuß sehen könnt, man kann es auch auf den Tisch stellen, wie ihr ganz am Anfang gesehen habt. Jetzt will das natürlich hier nicht mehr so stehen bleiben, aber auf jeden Fall ist das wirklich sehr praktisch und ja, das war es eigentlich auch schon von Prestigio. Im Auslandseite vielen Dank fürs Zuschauen bei LevelTV und bis zum nächsten Mal.